Willkommen zurück zu Halo Rage. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Hier geht's jetzt weiter. Ins Wasser, aber ganz leise. Ich traue mir gar nicht zu schießen, weil die sagen ins... ins Wasser, aber ganz leise. Meint er jetzt hier runter ins Wasser? Echt jetzt? Soll das jetzt wirklich hier eine... Ich wollte eigentlich den ausschalten. Aber können wir einer vorgehen? Dann weiß ich auch, wie ihr schleichen wollt. Also ich soll hier keinen ausschalten, so wie es aussieht. Aber kann man das überhaupt? Zurück zum Schlachtfeld. Ja, siehst du? Ich soll mich an den ranschleichen. Okay. Halt, da ist einer. Ach, der ist in so einem Auto. Sitz da überhaupt einer drinnen? Ja, muss ja, ne? Mensch, nur habt ihr euch doch mal nicht so... So, den hätten wir. Ach, was soll hier? Schleichen? Schleichen? Ich tue nicht gern schleichen. Alter, oder tue ich doch gern schleichen? Und der ist jedenfalls auch tot. So. So. Ich glaube, den habe ich. Oh, jetzt ist der hinten noch. Alter. Den habe ich auch. Schießt das ganze Ding hier ab. Wenn ich es könnte. Warte mal, ich habe ja jetzt das Auto hier. Ne, das Ding habe ich ja jetzt. So, mein Freund. Ja, wer gewinnt. Ich gewinne. So. Jetzt kommst du ran. So. Noch irgendwo einer, der... Da hinten. Wo rennt der rum? Alles klar. So. Alles klar. Warte mal, die Waffe war doch leer, ne? Da könnte ich doch... Mal so einen Raketenwürfer mitnehmen. So. So, lass mich mal die kleinen Viecher da hinten. Jetzt reicht es mir nämlich. Der haut ab. Ja, die machen wir mal lieber auch kaputt. Nicht, dass sie die nochmal nutzen wollen. So, Jungs, will einer mitfahren. Ne, mitfahren. Ja, ich knall erstmal das Ding ab. So, siehst du, so macht man das, Leute. Ah, hier haben wir ein Skorpion. Aber ich warte mal, ich komme gleich. Ich schieße bloß das Ding noch ab. Ach, jetzt schieße ich die ganze Zeit daneben. So, vielleicht. So, vielleicht. Na, ich lasse das mal lieber. Okay, ich nehme lieber auch den Skorpion. Hatten wir ja noch gar nicht hier. Da weise ich, der haut richtig rein. Guckt euch das mal an. Ein Schuss. Und die sind platt. Da oben sind noch welche. Ah, hier haben wir noch mehr Geschütze. A und B. Ja, aber hier kommen ja auch immer die Mistmann hier. Soll mich in Ruhe lassen. Soll nicht meinen schönen Panzer kaputt machen hier. Ja, wir kommen. Ah, und hier, die Dinger kann man auch von hier aus kaputt machen. Und zwar groß, aber wird er gleich sehen. Erste Ziel ist kaputt. Das explodiert gleich. Das zweite Ziel ist da hinten. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Alete. Oh, da oben. Ha, erwischt. Erwischt. Haha. Guck mal, wie viel da rumfliegen. Da weiß ich aber jetzt nicht, wer zu uns gehört. Oh. Voran. Auf jeden Fall die da. Das sind Feinde. Komm, den erwischen wir. Yeah. Kommt noch mehr. So macht man das. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit auch meinen eigenen geschossen gehabt. So, gucken wir mal hier. Hier waren da bestimmt noch Bodentruppen, oder? Oh, ein bisschen aufräumen hier. Aber lieber hier oben bleiben. Wer schießt denn hier noch? Hinter mir? Achso, das sind unsere. Sorry. So, dann fahre ich mal weiter. Hier steht noch ein Dings. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Alles klar. So. So. Das ist auch noch einer. Ach, jawoll. Das habe ich nicht mal gemacht. Meine Jungs sind genauso gut. Wunderbar. Alter. Kommst du hier nicht hoch? Was ist denn hier los? Oh, wer war das? Alter, da fliegt er. Oder ein Teil von ihm. Aber hier lagen, glaube ich, Gerümpel. Deswegen bin ich hier gerade nicht durchgekommen. So, jetzt geht es besser. Oh, 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 oh. Alter, was ist denn? Da gerade zu. Ach, da ist der. Okay, den haben wir. Oh, müssen wir nur gucken. Da oben. Den haben wir, glaube ich, auch. Oh, du bist auch hin. Da oben ist schon wieder Ena. Ja. Da kommen die alle her. So, fahren wir mal weiter rum. Alter, ich muss mal hier ein bisschen lenken. Hier rum. So. Da haben wir noch ein Geschütz. Und da hinten schießen sie aber noch. So, ja. Ah, da oben. Kann ja wohl nicht mal sein. Müssen wir hierher? Hier hoch? So, jetzt. Müssen wir jetzt hier rein? Ohne Panzer? Oder kann ich hier mit Panzer rein? Nee. Kann ich nicht mit Panzer rein. Schade. Okay, Jungs, kommt. Das schauen wir uns näher an. Oder kann ich hier noch die Garage richtig aufmachen? Ach, hier geht's weiter. Wieso kommen die denn nicht? Ich stehe unter Beschuss. Hallo. Kommt ihr mal. Soll ich das alleine machen? Oder was? Hier steht ein Wohnwagen. Nimm ich den. Gerade rechtzeitig. Legt sie um, Nobel. Okay. Cool. Ich seh zwar kaum was, wo ich hier hin muss. Aber ist auch egal. Denk mal da rein. Aber was ist mit hier? Ach, das ist einer von mir? Okay. Ach, ich hab ja hier noch ein Spielzeug. Fällt mir gerade ein. Ja, ja, ich hab doch gedacht, da ist noch einer. Die ist auch leer. So, Junge. Ich wollte eigentlich das Ding hier nehmen und abreißen. Wir müssen durch die Wartung. Der Fahrstuhl geht nicht. Wir haben Glück. Wir könnten aber hier auch so ein... Ach ne, ist gar nicht so ein Ding. Okay, ich komme. Ja, ja. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Die mehlen wir mal so weg. Wie es sich gehört. Äh, müssen wir da lang weiter? Ne. Dann da drüben. Worauf schießt du denn? Ah, da drüben. So. 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 Ey. Ah, die Waffe ist leer. So, warte mal. Die war auch leer. Aha. So klären wir das hier mal, ne? So. Absolut richtig. So, muss ich hier an den Computer? Ne. Hier muss ich auch nicht hin. Aber da hinten wahrscheinlich. Jo. Dann geht's wieder raus. Kommt der? Kommt der? Kommt. So. Ich bin mir nicht sicher, wo wir jetzt gerade sind. Wohin sollen wir jetzt passen? Ja. Geh ich sie zu den festgelegten Koordinaten. Weiß ich auch nicht. Da hinten hin. So, Hologramm. Haben wir hier noch so ein Heilding. Panzerschild. Ich weiß nicht, was habe ich denn gerade? Ach hier, dann nehme ich lieber das hier. Das heilt, glaube ich, auch in... Bisschen. Mal auf. Ah ja, da schießen sie schon. Vorsicht, die sind unsichtbare. Das wollte ich dir mal gesagt haben. Ey, du Sau. Dann halt so. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir nochmal eine andere Waffe. Ist der tot da unten? Jo, sieht so aus. So, hier müssen wir hin. Ah, ich glaube hier rein, ne? Sorry. Hier rein. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, sieht auch aus wie ein Schlachtfeld hier drin. Haben wahrscheinlich schon andere gekämpft. Sie kamen wohl nicht mehr raus. Ja. Oder sie wollten die Stellung halten. Sie saßen fest, sag ich. Hier ist nichts. Nicht mal Stützpfeiler. Sir, wenn wir alles hochjagen, dann lieber nicht von hier aus. Gott. Vektor prüfen. Vektor bestätigt, Commander. Wir sind genau, wo der MND uns hin. Verzeihung. Koordinaten korrigiert. Bestätigt? Korrigiert? Von einer unbekannten KI. Mit weit höherer Freigabe, als ich sie habe. Wir sollen anderthalb Kilometer nach Osten und zweitausend Fuß nach unten. Ich hab keine Schaufel mit, Commander. Sir, wir sollten ohne KI weitermachen. Die Koordinaten sind offensichtlich Schrott und je länger wir... Was ist das dort? Der neue Kurs, Commander. Okay, weiter geht's. Ich hab keine Schaufel mit. Hat der neue KI-Kumpel noch was gesagt dort? Dort. Sie erwartet Sie. Großartig. Verzeihen Sie die unüblichen Sicherheitsmaßnahmen, Commander, aber Sie waren mündig. Dr. Horsey, laut Verlustmeldungen sind Sie... Naja, wie heißt es doch? Die Todesmeldung war übertrieben. Ich wünschte nur, dass Treffer auch auf den Rest des Nobelteams zu... Wir auch, Ma'am. Sie werden sicher gern hören, dass das Datenmodul, das Nobel II in Wiesegrad fand, genau enthält, was mein Forscher versprochen hat. Eine Schlüsselentdeckung. Die Geheimnisse dieser Ausgrabung sind endlich aufgedeckt. Ich verstehe nicht ganz. Ihr Befehl war nur ein Vorwand, um Sie herzubringen. Er ist aufgehoben. Noble Team, Sie sollen diese Daten an einen sicheren Ort bringen. Doktor, wir sollen alle sensiblen Daten zerstören. Darum werden sich andere kümmern. Diese neue Anweisung muss sich bestätigen lassen. Colonel Holland wird gebrieft. Sie gehören jetzt zum MND. Dies ist ein Artefakt unbekannter Herkunft. Weder menschlich, noch von der Allianz. Es geht über unser Verstehen hinaus. Bis jetzt. Dank Noble II sind die Daten fast vollständig entschlüsselt. Was wir hier auch tun. Wir sollten uns beeilen. Halten Sie Ihre Daten bereit, Ma'am. Wir kommen. Sie sind noch nicht ganz entschlüsselt. Sie verstehen wohl nicht. Die Zeit wird knapp. Wenn wir es nicht gleich mitnehmen können, wird es vergraben. Diese Daten sind die beste Überlebenschance für die Menschheit. Commander, Sie fragen sich, wofür Ihre Spartans gestorben sind? Hierfür. Bitte schlagen Sie möglichst viel Zeit aus. Suchen wir Halsis Labor. Los. Commander, die Geschütze sind bereits in Verteidigungsposition. Der MND erwartet Besuch. Den bekommt er auch. Doktor, der Feind nähert sich. Spartans, die Allianz darf keinesfalls in mein Labor gelangen. Verstanden. Verschaffen wir Doktor Halsey Zeit. Die Allianz darf Amen.